Ich begrüsse Sie zum Chefs Homeoffice Talk mit Kaiser Franz, mit Felix Franz von Kaiser Franz im Zug. Es ist mir eine besondere Freude, dass ich jetzt einen zweiten Gesprächspartner schon im Zug habe, dem Ursprung vom Genussfilmfestival. Du siehst jeden Abend auf das Genussfilmfestival auf das Zelt runter, warst ja schon aktiv mit dabei und daher freue ich mich sehr, dass wir miteinander talken können. Aber im Moment sind die aktuellen Themen viel wichtiger. Du hast gestern das Restaurant eröffnet. Wie ist es dir dabei gegangen? Wie sieht es mit den Auslastungen aus für diese Woche? Guten Morgen miteinander. Markus, guten Morgen. Ah, Matthias, sorry. Matthias. Ja, gestern war der erste Tag und wir waren sehr gespannt, haben uns sehr gefreut zum Öffnen. Diese Warterei war doch sehr, sehr lange. Und der Mittag war eher flau, aber das war normal irgendwie. Das Wetter war auch nicht dementsprechend. Es war sehr, sehr verringt alles und kalt. Aber der Abend war bereits ausgebucht. Und obwohl wir natürlich jetzt weniger Plätze haben als vorher, ist es doch noch gut gelaufen. Und die Gäste konsumieren auch. Sie geben auch ein bisschen Geld aus. Und das ist die Woche jetzt gar nicht schlecht. Wir sind Mittwoch ausgebucht und am Freitag auch schon. Und ich nehme an, dass die nächsten Tage auch noch etwas reinkommt. Also von dieser Seite her bist du optimistisch, kann man sagen. Wie sieht es jetzt aus von den Plätzen her? Du sitzt jetzt im Restaurant drin. Wie viele Plätze habt ihr jetzt aktuell drin und wie viele könnt ihr draußen stuhlen? Aktuell haben wir erst, wenn alles zwei Belegungen wären, hätten wir 18 bis 20 Personen ungefähr. Normales Platzangebot wäre 70 im Restaurant. Wenn wir natürlich Glück haben und es gäbe vier Belegungen, dann wäre es natürlich das Doppelte. Aber das wird wahrscheinlich nicht immer eintreffen. Und gestern war es so gemischt. Also wir haben es gar nicht so schlecht geschaffelt gestern. Und außen habe ich fünf Tische. Da kann man sich ausrechnen. Wenn alle zweier sitzen, dann habe ich zehn Personen. Und wenn es vier sind, das Doppelte. Und wenn es Wetter mitspielt und wir könnten draußen und wenn ich etwas mache, wäre es natürlich sehr viel besser. Was Neues, ich durfte noch einen Tisch dazugeben Richtung Coiffeur. Die Seite da nach vorne. Neue Auflage vom Kanton. Und der Coiffeur hat auch zugestimmt. Da kann ich da etwas die Stöcke versetzen und kann noch einen Tisch reinpflanzen. Dann haben wir einen, zweier oder vierer Tisch. Je nachdem, was dort sitzt, mehr. Also es bringt ein bisschen Batzerli mehr dann. Zwei Fragen. Kannst du jetzt so betriebswirtschaftlich arbeiten? Wie siehst du das, wenn du jetzt natürlich immer schön ausgelassen wirst? Frage 1. Frage 2. Du hast im Zentral Plus Interview gesagt, 20 bis 30 Prozent der Gastronomen bzw. der Restaurants werden in den nächsten Monaten schliessen müssen aufgrund dieser Krise. Stehst du immer noch zu dieser Aussage oder denkst du, jetzt wird es ein bisschen flacher gehalten, da doch verschiedene schon früher aufmachen konnten und jetzt vielleicht mit diesem Start dann doch besser in die Zukunft gehen können? Die erste Frage war, ob es betriebswirtschaftlich jetzt in dieser Auslastung wirklich funktionieren könnte. Ich glaube, jeder der rechnen kann, der weiß selber, dass man mit 20 Personen oder 70 Personen nicht das Gleiche umsetzen kann. Betriebswirtschaft gesehen ist sicher nicht das Beste, aber irgendwie sind wir froh, dass wir da sind und dass wir etwas machen können. Und wenn wir nur die Betriebsköste könnten abdecken, wäre ich schon sehr, sehr glücklich. Wir fahren mit vollem Programm, außer eine Person, die war vorher krank, die habe ich freigestellt jetzt, damit nichts passiert und die fängt vielleicht einen Monat später an, aber sonst sind wir hier mit der vollen Besetzung, weil wir wollen, dass unsere Gäste wie vorher gleich bedient werden und nicht einfach so halb, halb. Auch die Speisekarte haben wir angepasst, nichts groß verkleinert, sondern richtig, dass die Leute wieder essen können und was Gescheites einnehmen, oder? Nicht nur Würstel verkaufen oder so einfache Sachen. Wegen dem anderen, wegen den 20 bis 30 Prozent, ich habe viele Kollegen in der Gastronomie, die mir anrufen, die mir Sachen erzählen, sie wissen nicht, was morgen ist und so weiter und so fort. Ich habe diejenigen, die vielleicht vor der ganzen Krise schon ein bisschen krank waren und Schwierigkeiten gehabt haben, die werden es ganz, ganz schwer haben. Es sind viele Jungstarter, denen ist wahrscheinlich das Geld langsam auch schon ausgegangen. Wie ich vor 20 Jahren hier angefangen habe, habe ich auch viel investiert und nur gehofft, dass alles gut läuft. Wenn da etwas anderes oder sowas passiert wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr da. Aber wir sind 20 Jahre hier, wir konnten ein bisschen was weglegen und deswegen können wir wahrscheinlich auch überleben. Aber viele haben das vielleicht nicht und die tun mir alle sehr, sehr leid, weil das ist nicht so einfach. Und Gastronomie ist ein hartes Brot, oder? Und heute die Speisen und die Sachen, das einzukaufen, das kostet Geld, alles, das ganze Apparat kostet Geld, oder? Und vor allem die Mitarbeiter kosten Geld, weil das ist nicht vergleichbar mit anderen Ländern vielleicht. Unsere Angestellten, die haben einen rechten Lohn und ich kann nicht sagen, jetzt machen wir die Hälfte. Und nun sind wir auf uns selber gestellt, wir haben keine 80% Unterstützung. Jetzt sind wir da und jetzt müssen wir schauen, dass wir die durchbringen. Apropos Angestellte und Service, ich habe gestern Bilder gesehen, die du gepostet hast von deinen Angestellten im Service drin, mit dem Mundschutz und dann aber trotzdem mit dem österreichischen schönen Anzug. Jetzt ist das nicht irritierend für die Gäste und für dich oder auch für die Angestellten selber. Wie ist das Erlebnis? Eigentlich haben sie noch recht heiß ausgesehen mit den Masken, oder? Das ist ein schönes Foto geworden und das passt irgendwie dazu. Also wir haben das hier so geregelt und zwar, es ist keine Maskenpflicht. Wenn wir den Abstand halten können von zwei Metern, dann ist das irgendwo ja möglich, ist ja auch so festgehalten. Aber ich finde, ich kann das Essen nicht hinschmeißen, ich kann den Wein nicht ihm selber gehen und sagen, mach auf. Das geht nicht, dann ist das Service ja nicht mehr der gleiche. Und das haben wir so gemacht, der, was zum Beispiel den Tisch aufnimmt, der muss keine Maske tragen, aber der, wo dann das Essen bringt, den Wein serviert, den Kontakt am Tisch mit dem Gast hat, der muss eine Maske tragen. Denn der kann die zwei Meter nicht mehr einhalten, oder? Und jetzt haben wir das versucht und gestern habe ich alle eine Maske angezogen. Es ist sehr, ja man muss zuerst daran sich gewöhnen. Ich habe fast keine Luft, wenn ich atme und die Brille aufhabe zum Beispiel, laufe mir Brille an, die läuft an, geht weg, laufe an, weg. Das ist gar nicht so lustig. Beim Sprechen auch natürlich, hast du hier ausländische Gäste und willst ein Empfehlung machen. Der versteht ja auch kaum mit der Maske, oder? Ich bin ja kein Chirurg, der muss mich verstehen können, oder? Und das ist sehr schwer. Heute kommt noch eine Ladung, ich habe noch etwas Neues bestellt. Es gibt neue Chaps, so Cupis mit der Maske. Die habe ich gefunden im Internet und jetzt versuche ich mal, ob das was wäre. Wahrscheinlich schaut das noch dümmer aus, wie der Mundschutz. Aber in der Küche könnte es vielleicht gut sein, wenn die statt die Koch hört, so Cupi-Hand mit der Plexiglas-Wand, dann sind die natürlich auch geschützt. Denn wichtig ist, dass die Mitarbeiter geschützt sind, dass hier nichts passiert. Denn wenn hier etwas passieren würde, dann wäre das dümmste, was kann sein, das ist nämlich, dass ich dann zusperren kann, oder? Und ich möchte hier noch gesund bleiben und wenn es geht noch, schauen, dass wir aus der Krise herauskommen. Genau. Jetzt bist du ja vor 20 Jahren als Kaiser im Zug aufgetaucht. Du warst vorher aber schon aktiv in der Zentralschweiz und auch im Zug. Aber für mich war das so irgendwie, plötzlich war der Kaiser da. Und wo war der Kaiser vorher? Was hast du vorher gemacht? Ich möchte ein bisschen was wissen von deiner Karriere her. Und vor allem bist ja du nicht nur in Anführungszeichen Gastronom, Sommelier, Chef des Service, sondern du bist ja auch Koch. Du bist auch hinter der Kulisse. Du warst auch schon Wochen, Monate lang in der Küche selber, hast die Küche geführt. Also, du kannst alles. Ja, zum Glück kann ich alles. Sonst wäre das damals ganz böse gelaufen. Ja, mein Karriere hat begonnen vor 40 Jahren, wie ich in die Schweiz gekommen bin. Ich habe mehr Stationen durchgemacht. Ich war damals im Glashof, wie der Marc Ritsch noch gelebt hat. Dann wurde ich gerade nach zwei Monaten zum Etipatro. Dann ging das los. Dann kam ich in die Hotelfahrschule Luzern als Servicefachlehrer. Ich durfte dort viele, viele tolle Schüler ausbilden und kennenlernen, die ich heute noch kenne und die viele gute Kontakte haben. Dann habe ich das für fünf Jahre, weil ich Lehrer, ja. Dann bekam ich ein Angebot vom Flughafen Zürich im Topper. Das war damals ein Erstklass-Restaurant als Geschäftsführer. Dann habe ich das ein Jahr lang gemacht, bis sie zugesperrt hätten. Die haben das alles verkauft. Dann kam ich zurück. Fritz Ernie ruft mich an vom Montana und sagt, Kredis, komm doch zurück. Mach mal etwas, komm. That's your baby, that's your baby. Das war seine Ansage. Und da habe ich gedacht, es wäre noch interessant. Aus dem Montana machen wir das Art-Deko Hotel Montana. Und das war wieder eine neue Herausforderung. Und dann bin ich wieder zurück und habe dort aus Leitung Gastronomie das gemacht mit FNB und dir Sachen. Und das ging auch drei Jahre. Und dann hörte ich vom Röstli hinzu. Das kannte ich gar nicht, obwohl ich hier lebe. Ich kannte das Röstli nicht. Nur die Röstli-Wiese. Dann bin ich da hergefahren und habe gedacht, die Lage ist ganz toll. Das Restaurant war speziell da. Es war etwas ganz Besonderes. Und es waren viele, viele Bewerber für dieses Restaurant. Und da Frau Jenny aus Österreich kommt und ich das vorher nicht wusste und die mich gehört hat reden, hat die gesagt, das ist er, das ist er, der Felix, das ist er. Das ist mein verlorener Sohn, so auf die Art. Und du bekommst das. Und so habe ich dann angefangen und habe dann den Namen Restaurant zum Kaiser Franz im Rössel gegeben. Damit die Leute wissen, wo es ist, war es das Rössel am Schluss. Der Kaiser Franz, weil es in der Schule immer so ein Thema gab mit dem Kaiser Franz, wie ich mich vorgestellt habe, immer in der Schule. Mein Name ist Franz, wie der Kaiser Franz. Da war ein Schüler dabei, der war aus dem Welschland. Der hat das nicht verstanden. Und wie sie einmal den Franz gesucht haben, hat er gesagt, wir haben keinen Franz. Und dann hat sie herausgestellt, der hat immer gemeint, ich heiße Kaiser. Und so habe ich das gedacht, Kaiser Franz, das passt daher, das Österreich, das ist gut so. Und das war auch gut. Das wäre nicht gut, aber irgendwie hätten, macht er Rössel am See oder irgend so etwas. Kaiser Franz. Du bist ja auch ein bisschen Botschafter der Österreicher in der Schweiz. Ich habe gehört, du hast mir gesagt, es kamen schon einige Artikel bzw. Beiträge über dich im ORF. Du hast jetzt wieder was mit dem ORF vor. Erzähl uns doch, was du da für Beziehungen hast, dass du immer im Staatsfernsehen vorkommst. Das ist interessant und letztes Mal, also bei den besten Zeiten um 19 Uhr beim ORF, bei den Zeiten im Bild, bei den Nachrichten, da ging es um Krise da, Wirtschaft und so weiter. Also sie kommen jedes Mal zu mir. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich kenne die Frau Stöckel eigentlich gar nicht so und die Leute. Aber immer wieder rufen sie mich an und kommen vorbei. Morgen habe ich etwas, also ich kann nicht kommen, ich kann auch nicht kommen, wir machen dasselbe wie mit dir. Und zwar um 21.05 Uhr in Österreich 1, Talk One mit der Frau Stöckel geht es um Corona. Wie machen wir das hier? Wie läuft es in der Schweiz? Es kommen ungefähr die gleichen Fragen. Das mache ich morgen, aber dann live. Also ich hoffe, ich mache keinen Batzer, dass mir nicht schämen muss, dass meine Mutter zu Hause sagt, mein Gott, was retten wir am Blödsinn zusammen. Super, heute sind wir auch halb live gewesen, aber ein bisschen über dein Leben gehört und wie es jetzt vor Corona ausgesehen hat und jetzt nach Corona sehr wahrscheinlich aussehen wird. Wir hoffen natürlich, dass sich Belvixt das auch wieder noch weiter normalisiert, dass es dann auch eben betriebswirtschaftlich wieder besser aufgehen wird. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft und morgen ein gutes Interview für die Leute, die Zeit haben, guckt rein in ORF. Was hast du gesagt? 21.05 Uhr, glaube ich. 21.05 Uhr, ORF 1. Talk One heißt das anscheinend, die Sendung. Okay, super. Also, dann wünsche ich dir alles Gute und deinen Mitarbeitern liebe Grüße und mach's gut. Vielen herzlichen Dank, Felix. Und alles Gute den Kollegen, meinen guten Freunden, wirken, dass das Ganze gut geht und alle überstehen. Und danke dir für das Interview. Merci vielmals. Servus. Danke vielmals. Tschüss, servus.